Hallo Leute, heute in Elektro-Training in 5 Minuten ein Test und zwar der Zoom meiner neuen Kamera, welche ich hier gekauft habe für meine Elektro-Training in 5 Minuten-Studio und jetzt hier seht ihr schon, das ist hier die Burg Neuen Nussberg hier von Fichtach aus und jetzt also hier voll reingezoomt. Da kann man dann ziemlich viel erkennen, es wackelt, es flackert, es ist heute ein heißer Tag an 27 Grad und jetzt zomme ich hier mal raus, dass ihr seht, wo ich hier eigentlich mich befinde, weil das doch ziemlich interessant ist, also hier die Burg, jetzt wird es flackern schon besser, so jetzt noch ein Stück raus und noch ein Stück raus, noch, 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 ihr seht, das ist der ganze Bereich des Zooms, gigantisch, also ich finde es extrem abgefahren, was man hier alles machen kann und ja, wollte ich euch nur das hier mal zeigen, diesen Zoom und wünsche euch noch einen schönen Tag, nehmen wir hier Elektro-Training in 5 Minuten, in 4K jetzt, ja, abonniert meinen Channel und noch einen schönen Tag, auf Wiederschauen!